ja meine freunde es ist die da so weit es ist so lecker mit weizen milch und hühnereiern backen wir uns ein brot nein spaß es wird nur mit weizen gebacken aber das weißt du ganz genau denn in minecraft gibt es nun das leckere selbstgemachte brot bei aldi allein nur dieses knuspige geräusch wenn wir es zu uns nehmen minecraft und das ganze gibt es original nur noch selbstgemacht beim aldi kann werbung nur so doof sein ich weiß es nicht also wir haben ja auch ein aldi gebaut und der aldi der kommt wirklich ziemlich gut bei euch an das muss ich ehrlich sagen und da habe ich auch schon überlegt ob wir so langsam eine konkurrenz ding dazu bauen denn aldi ist also die wird ziemlich viel gekauft bei die und der macht das gute umsatzzahlen also von daher ich finde ja nun so eine marktwirtschaft die muss halt fair sein und eine faire marktwirtschaft meine freunde ja da muss halt noch was dazu kommen da muss noch was dazu kommen das ist einfach so und wir sind so kings freunde wir sind solche teams gibt sogar von flaschen ab aber um nicht das thema zu verwechseln wir müssen all die konkurrenz machen ja also du kriegst konkurrenz die leute kaufen nicht nur noch hier was eigentlich kaum noch woanders sein und ich werde euch was zeigen also das wird jetzt hier so ein teaser werden und teaser was jetzt kommen wird denn ich habe ich habe ich habe ich habe jetzt wirklich schon tage überlegt oder sogar schon eine woche überlegt was ich wieder mein kopf bauen soll denn es ist wirklich schwer sich überlegen was man bauen soll wenn man eigentlich darauf wartet dass endlich das minecraft update kommt aber das minecraft update das kommt ja erst im sommer das sommer update hat er so lange hin aber auch seht ihr das da das logo das logo was bald kommen wird ich sag euch er hat die mauer hier gebaut all die brot du bist so frisch gebacken gibt mir kraft jawohl all die boot es geht nichts über selbstgebackenes all die brot wer kennt das logo könnt ihr aber schreiben wenn du weißt was es ist aber egal das war's denn wieder heute für dieses video vergesst nicht kauf das ein die brot denn das ist so knusprig lecker frische für die umwelt klebe ich mich auf die straße seht ihr mich ha 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 ich klebe hier auf der straße fest na na wen haben wir denn da einen klima aktivisten ich komme nicht runter ich bleibe auf der straße kleben wie ich will